Da sind wir wieder! Wuuuh! Ich wollte das ganze mal ein bisschen sparen. Mit Stimmung. Mit die kann man auch nirgendswohin gehen. Ein bisschen Stimmung machen. Stimmung machen, Stimmung machen. Scheiß Lemming. Verrecke, verrecke und brenn in der Hölle! Guck mal, hier unten geht's lang. Auf, ne Truhe. Nein! Guck mal ner Truhe. Meine Truhe, mein Schwert. One handed,ял aber 176 ist schon gut an dem Schaden. Von der zu risulten Stimmung, aah das ist dein Schwert dazu wenn du willst. Willst, mein Schild hast du mal so... Schild und Schwert genau. Aha, aha. ages 276. Na ja... Ähhh... Aber wie mach ich... Locken das Rechtsklick. Was? Locken das Rechtsklick. Ja, aber wie lege ich das denn an, das Schild? Ja, du hast oben... Mach ich es einfach auf, also... Lecht und rechts, also oben L und R in der Mitte. Linkkant und rechts und dann musst du durch eins des Schildes und eins des Schmerzes einziehen. Oh. Ah. Ja. Ja. Ja, ja, klar. Au. Warum ist das grün? Achso, weil du da wieder mit deiner Farbe rumspielst. Ja. 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 Ich kann Punkt machen. Ich kann auch machen, dass die Luft stinkt. Mhm. Are you a magic? Ne, are you a wizard? Aus der Silber hier oben, ne? Ja. Geschissen. Ob ich genau zwischen die beiden Stacheln gefallen bin. Like a box. Hm. Geht doch. Äh. Oh. Das Vieh hat dir nichts getan. Hm. Du Monster. Ah ne. Das Schild nervt mich. Ich will wieder mein Hammer haben. Mann. Äh. 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 Oder ne Gatling Gun. Ey, wenn wir wieder Schusswaffen hier haben. Und ne fette Womme. Ist ja richtig fett, wenn wir jetzt Maschinengewehr oder irgendwas hätten. Du denkst wieder nur ans töten, ne? Ja. Einfach mal irgendwie friedlich mit jemandem zusammennehmen geht bei dir nicht, ne? Sagte der, der gerade ein unschuldiges Vieh abgeschlachtet hat. Das war ja nicht abgeschlachtet. Wurde mal mein Schwert ausprobiert. Das ist wie was anderes. Natürlich. Aha. Ne Fackel unter Wasser. Klar. Ui. Was machen wir denn da? Das sollte denn ausgehen. Ui. Ui. Oh. Och. Mann. Du bist doch nur blöder. Haha. Nein. Au. 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 Fick die Henne. Ich bin fast tot. Mach ihn kaputt. Ich hab's geschafft. Ich hab geregelt. Also. Nicht so wie Frauen, sondern. Nassibein. Du hast geregelt blutet? Ja. Eklig. Das ist ja keine Truhe. Es ist ja bei allen nur Hünste hier runter zu kommen. Boah. Weniges sind bis in Silber. Boah. Die rennt man auch nur in die Scheiße rein. War schon mal aufgefallen, ne? Ne. Du holst mich nicht. Das ist doch nur rum. So. Ich geh nach unten. Äh. Endlich. Wir gehen bald. Geht's rennt im Weg. Oh. Titanium. Oh. Gold. Oh. Glas. Au. Warum? Ich find sowieso immer viel mehr, wenn du nicht dabei bist. Hm. Da kommt der angeschissen. Oh. Titanium. Ui. Das ist alles meint so. Du kriegst nichts davon ab. Hehehe. Hehehe. Ich such mein eigenes Zeug. Neck mich. Ja. Ja. Wäre schön wenn das machen würdest. Ja. Hast du noch ein paar Bondages für mich? Hehehe. Hehehe. Fuck you. Fuck you selber. Oh. Fickchen. Mit mir? Also. Was kann mich jetzt überraschen? Hehehe. Bist du tot? Nein nein. Natürlich. Ich würde die Fassung verloren. Komm meine Katze will mich gleich wieder anchargen ey. Hehehe. Da ist er wieder. Nope. Ich muss bloß rüber zu meiner Stelle wieder. Jaja. Ich komm mit. Nein. Da ist überhaupt nichts was ich gerade gefunden hab weil es geil war oder so. Nein. Du darfst da nicht hin. Du bist so ein mieser Sack ne. Die Bananen. Sponitus. Warte mal was hab ich jetzt überhaupt gefunden. Hehehe. Ich hab muss erstmal reingrabbeln. Warte mal. Warte. 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 Also einmal ihn. Oh. Die Geschosse. Die Geschosse. Das ist wie ein Echt. Hehehe. hast du einen Timer angemacht? Ja. Ich hab ihn schon wieder vergessen. Ach jod. Nein. Ich bin voll der Profi. Boom Barrel. Uuuuh. Cool. Ich will auch sowas haben. Ach komm, ich kipp dir das, wenn ich's nett bin. Ja toll, ich kicke hier. Ja, da hast du gar neben mehr gestaunt. Du Arschloch. Ich damage mach die. 28. Ach, dann fliegen die erst los. Die fliegen erst kurz langsam. Das ist ja irgendwie sinnlos, aber irgendwie auch cool. Platz auf. Wir haben Knachen. Huiii. Geil. Alter. Oh. Jetzt komm mir vor wie ein Stormtrooper. Wir sind voll die Swagger. Vor allem meine Knache klingt doch so männlich. Puff, 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 puff. Nimm mich mit. Und tschüss. Die machen doch zuerst überhaupt keinen Schaden. Die machen erst Schaden, wenn die anfangen schnell zu fliegen. Das ist ja auch homosexuell. Äh, also nichts komisch gemeint, sondern... Was? Lass mich. Das schneid mir raus. Ich schneid hier gar nichts raus. Ich werd das extra nochmal hervorheben. Dann könntest du mal deine Inkompetenz rausschneiden. Meine Inkontinenz. Dann kannst du gleich alles rausschneiden. Dann brauchst du eigentlich gar nichts hochladen. Aber... Ich hab keine Fakke. Aber ich hab Kohli. Oh, du mich wärst du gar nichts. Doch. Nein. Was hab ich denn hier? Was hast du da? Nein, bleib bei dir. Warum? Warum? Ui. Au. Aber das ist bestimmt wieder nichts Besonderes. Das ist eine Truhe. Los, los, los. Da ist bestimmt wieder los. Oh, eine Truhe. Los, los, los. Oh, eine Truhe. Du wechseln. Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ist was drin? 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 Ist ja gar nichts drin, ne? Ich werd's eh in der Aufnahme dann sehen. Wenn du Zug geladen hast. Ne, war nichts Besonderes, sondern. Aber ich glaub ich nehme mir hier auch noch mal so eine Eichellampe mit. Findest du geil, wa? Weil ich brauche noch eine zweite. Oh. Mit so einem Käfig, da kann ich dich reinsperren. Ja. Hier hab ich übrigens diese Plattform, diese Plattform hier, wo du vorhin gefragt hast. Au. Au. So, hast du genug Käfige für dich? Ich hab's vorhin bei dir extra nicht gemacht. Jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen. Kleines Arschloch. Zu Recht? Oh oh. Tut mir leid. Was denn? Ist hier grad was Schönes passiert? Ja. Ja, genau da. Ist das Knochen oder ist das... Ui. Das ist Titanium. Und Diamanten. Ich hasse dich. Aber da unten seh ich Licht. Am Ende des Tunnels. Nimm ich... Ah, Diamanten. Oh, ne Truhe. Geil. Nimm ich erstmal mit. Was war das andere? Zwei-Händer-Killarm. DPS 188 ist aber weniger als meine Waffe. Aber da ist ein Feuereffekt drauf. Ich glaub ich werd die einfach mal testweise probieren. Und was ist, ähm, die die du rausgenommen hast? Uuuuh. Na das ist die Zweihänderwaffe. Na die ist 185. Äh 188 aber hat ein Feuerschaden drauf. Ah ok. Ich hab vorhin mein Inventars ausgeleert. Wie können die Scheiße jetzt schon wieder voll sein? Mein Inventars? Hast du gerade gesagt? Warte, hier sind jemanden. Naja, ich misste gerade mal ein bisschen aus hier. Ich hab da jetzt viel Platz. Warte. Ist das ein Schulraum da unten? Ist ja abgefahren. So, das ist, ähm, der Keller von Fritzl. Das ist mal ne Baumschule. Warte. 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 Was ist das? Oh Platino. Warte. 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 War nur. Warte. 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 Was war das denn? Ich hab das Ding benutzt da, genau. Ist ja witzig. Oh, die Tür ist geil, die nehm ich mit. Also müssen hier Leute wohnen. Oh mein Gott. Wer wohnt denn hier nur? Wir müssen ihnen die Demokratie bringen, die Amerikaner. Sie haben Mühe. Ihr wollt Demokratie? Nein, kriegt er aber. Sehr verdächtig. Das Campfire nehm ich mal mit. Äh. Ah! Lass mich. Das musst du erleden. Oh oh. Alter. Ist doch kein Problem. Wie macht sich meine neue Waffe nicht so geil, wie ich erhofft hatte? Au. Jawohl. Jawohl. Falls du Bonnisches brauchst, frag mich. Au. Ob der Feuereffekt meine Waffe auch unter Wasser gültig ist? Oh. Verwirrwitzig. Geil. Das sah schon witzig aus. Weil ich voll unloggen. Das sah schon irgendwie. Swagger. Swag, swag, swag. Jetzt wird geswagged. Na, lassen wir mal wieder das Platinum da. Ich muss den Fisch grad krillen. Titanium. Jetzt bist du doof. Du willst nicht mit uns schön zwischenziehen? Oh, Titanium. Ich red mich nicht dran vorbei, du Affe. Ich bin nächstes hingerand, du Arschle. nicht schlecht nicht schlecht ja doch schon ja du bist ja ich bin richtig smart der untergrund sieht irgendwie merkwürdig aus man sieht mir so aus die baumkuchen jetzt krieg ich hunger schatz ich hab hunger so pass auf wo bist denn du? ich bin bei dir bist du gestorben? nein nein natürlich nein nein du musst dich verguckt haben oh jesus jesus man jesus eine truhe eine truhe oh eine tech card danke die dinger sind cool die braucht man für verstehst du? die upgrades nein 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 musst du eine truhe finden wo eine drin ist die nächste kriegst du was macht das für einen sinn mit dem feuereffekt wenn es kein kein dot ist oh titanium das ist so metal metal lalalala verstehst du? ne ne raff ich grad nicht ich raff das einfach nicht so alter wie viel titanium hier ist cool sag ich nur um dich eifersüchtig zu machen hm wahrscheinlich sammelst du gerade gold und kohle oh hier ist aber viel oh oh hier du das musst du immer oh gott wie viel hier ist ne ich habe jetzt hier gerade was relativ cooles gefunden hm ich habe jetzt zwei arterien nebeneinander liegen das ist doch eh nicht ne so ich komme wieder zu dir oh du hast dir so senkrecht nach unten gegraben ne 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 da habe ich extra so einen trick gelassen für dich vertraue mir okay das ist jetzt deine chance mein vertrauen zu gewinnen viel glück oh ja oh hey ich bin nicht tot alter geil bist du jetzt bei dieser Statue? ja du warst nicht etwa tot? nein Flora in Statue aha auch wenn es uns nichts tut tötet es das hat mich angegriffen das hat mich angegriffen das hat mich angegriffen weck dich ja du weißt auch immer alles besser ne es ist halt einfach so weil du nichts weißt weil du doof bist hat er nicht gesagt du glaubst auch du bist ein Gangster nur weil du Ohrläppchen hast was? was? ja was was habe ich gefragt? mit dem Mann oh 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 ui Mr. Killboy habe ich gerade noch gesehen mhm Two-handed Feuer-Effekt 165 DPS ich habe hier Strikeinator au Mr. Killboy Shotgun zwei Shotguns geil führ mal vor mhm mhm und wo ist er denn? mach ihn wenn du artig bist kriegst du vielleicht auch eine wow so das hier war boh ist natürlich geil ist natürlich geil besser als meine die mhm und dann habe ich nur die hier ui alter geil ey das ist ja mega richtig schnappel er hat mir überlegt du bist keine von meinen hehehe stöber meinen langsamen Kugel ja ich finde es trotzdem ist total genial wie die anfangen dann plötzlich äh sich hier abzugehen ja das ist auf jeden Fall total aber toll haha die Fresse so dann würde ich sagen machen wir in der nächsten Folge weiter nein komm die Leute können ruhig noch sehen wie toll ich zu dir bin ähm dass ich dir noch eine Waffe gebe aber die mit dem wenigen Schaden ich ziehe auf deine Eier aah guck mal wie die sofort abprallen guck mal wie die sofort abprallen das ist wirklich nice oh toll haha kannst du vielleicht ein anderes Lied spielen hast du auch was von Slipknot ich sag das ist Slipknot nicht Beethoven achso oh da habe ich das ich verwechsel die beiden immer ja ja ich hoffe jedenfalls auch dass das Beethoven ist nicht das ist nein du bist so dumm ey ich glaube es ist nichts ach keine Ahnung wenn ich mich jetzt auch mit blamieren einfach die Fresse halten einfach die Fresse halten klassisch wir uns hier mal noch eine Fackel hinten dann wissen wir ob wir wo wir langen müssen und dann geben wir dem mal noch eine Waffe eine Waffe die deutsche Luftwaffe da äh du hast sie wieder ok danke welche ist das welche ist das welche ist das äh wo guck ich sie mir hin hier gut na denn bis zum nächsten Part hauen gehauen tschüss tschüss